Heute ist Sonntag, der 3. Dezember und wir öffnen heute Türchen Nummer 3. Das perfekte Weihnachtsfest. Kann es das überhaupt geben? Stell dir doch mal die Frage, was du ganz persönlich überhaupt für ein Bild von Weihnachten und dem Weihnachtsfest im Kopf hast. Wie läuft so ein heiliger Abend, so ein Weihnachten bei dir ab? Was gehört dazu? Was braucht es dazu? Braucht man einen großen Baum, ein festlich geschmücktes Wohnzimmer, die ganz im Ofen, alle von der Familie müssen da sein, alle müssen schick angezogen sein, es muss ein Gedicht vorgetragen werden. Irgendjemand muss das Klavier spielen, eine ganz bestimmte Stimmung und eine ganz bestimmte Melodie, vielleicht auch ein ganz bestimmter Geruch müssen an Weihnachten einfach dabei sein, weil sonst ist dieses Fest einfach nicht perfekt für dich. Und dann stell dir mal die Frage, wo kommt denn eigentlich dieses Bild von Weihnachten wirklich her? Und ist das das, was du wirklich willst? Oder geht es Weihnachten nicht viel mehr darum, dass wir einander sehen, um Anerkennung, dass wir uns mal zuhören, dass wir vielleicht jemanden mal wieder ganz ehrlich bewundern, jemanden mal wieder in den Arm nehmen, Nähe schenken, Aufmerksamkeit, Präsenz, das Handy mal beiseite legen und gemeinsam etwas entschleunigen und uns mal tiefer in die Augen schauen, als wir das vielleicht in den letzten elf Monaten gemacht haben. Uns die Dinge sagen, die von Herzen kommen, uns sehen, wie wir uns lange nicht mehr gesehen haben. Ich wünsche dir Momente, von denen du sagst, mein Weihnachtsfest war berührend. Ich habe die Menschen, die mir am wichtigsten sind, gehört, gesehen und gespürt. Und dieses Weihnachtsfest war auf eine ganz besondere Art und Weise vielleicht sehr magisch im Vergleich zu all den anderen, die perfekt sein sollten und im Streit wieder geendet haben. Ich wünsche dir Frieden, ich wünsche dir Lachen, ich wünsche dir eine richtig tolle Zeit zu Weihnachten und würde mich freuen, wenn du dich genau darauf ausrichtest. Wenn dir diese Podcast-Folge und dieser Tipp gerade gefallen hat, würde mich interessieren, was du darüber denkst. Und vielleicht magst du meinem Instagram-Account folgen unter atdamianlivecoach und einfach unter dem heutigen Post mal schreiben, Hey Damian, ich habe gerade deinen Adventskalender-Podcast gehört und habe da folgende Idee zu oder folgende Erkenntnis. Damit machst du mir ein riesiges Geschenk. Und du darfst natürlich diese Folge auch gerne weiterleiten. Du darfst anderen davon erzählen, was wir hier jetzt 24 Tage machen, ein kleines Feuerwerk zu Weihnachten, zur Weihnachtszeit. Und ich habe noch einen Tipp für dich. Wenn dir das hier Spaß macht und du dich gerne persönlich gerade jetzt zum Jahresende nochmal weiterentwickeln willst, wenn du auf einer täglichen Basis nochmal intensiver an dir arbeiten willst, um deine inneren mentalen Wunden zu heilen, dann lege ich dir ein Herzensprojekt an dein Herz, nämlich meinen 31-tägigen Online-Kurs, den Go-Online-Kurs. Go im Sinne von geh los, fang an. Und Go steht für den Aufbruch in dein neues Leben, der Startschuss in dein neues Leben. Da gibt es 31 Sequenzen, so 31 Tage mit 31 Video-Tutorials, vier Deep-Dive-Meditationen, aufgenommenen Live-Sessions, die ich gehalten habe. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du das durchziehst, dann hast du damit einen ultimativen Kickstart in das neue Jahr 2024. Und du wirst Weihnachten wahrscheinlich, weil du schon sehr vorbereitet bist, auf eine vollkommen andere Art und Weise erleben, als vielleicht die ganzen anderen Jahre, weil sich dein Bewusstsein und dein Verständnis vollkommen verändert haben. Wenn dich das interessiert, schau dir den Kurs einfach mal an. Es ist ein mini, mini, mini Investment mit ganz, ganz viel Wert drin. Du hast das Leben von vielen tausend Menschen jetzt schon verändert. Den Link dazu packe ich dir in die Shownotes. Sage danke, dass du da bist. Danke, dass du den Impulsen folgst, dass du wachsen willst, dass du dich für Persönlichkeitsentwicklung interessierst. Und freue mich, wenn du auch morgen wieder dabei bist. Bis dahin, mach es einfach, denn du bist größer, als du denkst. Bis dahin, mach es einfach. Vielen Dank.